Mein Name ist Herr Gündem, ich bin der Bro. Wir sind vom Naxos Atelier Frankfurt. Siebtuch für zuhause im Do-It-Yourself-Kit. Es ist sehr simpel, aber drauf und zack, zack, fertig. Man blutet einmal das Sieb mit der Farbe ganz entspannt und zieht dann die Farbe wieder ab und dann hat man schon sein fertiges Brut. Man kann einen Siebbruch machen, dann kann man quasi ein Bruchdruck wiederum draufsetzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die einzelnen Produkte miteinander zu kombinieren. Genau, das ist auch mein Lieblingspart bei Marabu Produkten, dass man alles miteinander vermischen kann. Man könnte jetzt hier hinkommen und mit Pump Sprays noch bei dem Bild den Hintergrund noch ein bisschen munter gestalten. Mit Stiften noch mal reingehen, könnte ich jetzt mit Marabu Stiften hier mitten in der Weiß, das ganze Highlighten. Also man könnte im Nachhinein. Schrift reinsetzen, also es gibt ja etliche Möglichkeiten. Also der Kreativität gibt es ja quasi keine Einschränkung. Genau, dann könnte man sich das Ding schön in den Bilderrahmen rein und hat ein schönes Bild. Urban Art. qué Laplace Bes Grat Besesi Besache Besame Besame